ein hallo und herzlich willkommen zu einem neuen projekt und zwar wie ihr es sehen könnt GTA 4 aber nicht alleine sondern mit dem Simon mache ich hier das ganze zusammen und für mich ist das hier alles blind also ich habe keine ahnung ich habe gespielt gerade zum ersten mal auf der PS3 das heißt ich bin da noch nicht so gut drin ich habe ihr Verständnis dafür und wir wollen jetzt hier mal ein bisschen scheiße machen also wir wollen keine Mission machen so ich will jetzt mal hier ein bisschen gucken was gibt es denn hier was kann ich denn hier machen also was ist das das sieht ja gar nichts ja genau bleibst nicht auf die 10 toll ist das weit ist das ein Schalkan was ich gerade habe hat sich gerade angehört wir gehen nochmal bücken wir gehen nochmal bücken ich sehe da nichts chill alles ist gut Ich weiß gar nicht mehr so ein Problem, wenn ich das abhaufe. Die schießen mich ab, wenn die Kurve nicht. Mach grad noch so. So, nochmal kurz die Kamera zurecht machen. So. Achso, okay. Ey, ich muss jetzt mir erstmal hier nochmal alles angucken. Kippe mal ein Auto. Nein, nein. Wo ist denn wieder Schankarten? Kippe dir ein Auto. Wie? Na, kippe mal ein Auto. Rauch verstirbt. Stirbt? 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 Ritter krank? Stirbt? Scheiße. Also wir machen... Eine... Wir wechseln uns immer ab. Ich spieg jetzt gerade, habt ihr ja bemerkt, glaub ich. Und... Jeder wird 10 Minuten gehen, würde ich sagen. Ne? Das steht erstmal hier. Ja, mach ich kaum. Äh... Ist klar, dieses Auto ist blau. Das Name ist grün. Ich will nur einen Karre, den wir mal anschauen. Ah, hier ist der rote, ja. Guck mal, was passiert. Ach so, das hab ich vielleicht. Immer mal das Gelbe, das ist doch ein Taxi, oder? Ja, hm. Sehr fett, sagst du, ist das ein Dieb? Wo ist eigentlich meine... Es muss so sein. Jetzt kann ich jetzt nur das an den linken Bullen. Ah, das ist nicht gut. Schöner. Guck, alles ist so gut. Wenn ich jetzt da schieße und die... Dann, wenn man auf die raus schieße, dann ist das... Nein. Jetzt kamen sie aber. ... ... Oh, danke. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, was hier abgeht. Ops, ich glaube, ich bin tot in der Woche. Ah, hier ist so. Na, ich muss mich erstmal einspielen. Und... So, wir cheaten natürlich. Geht einfach gar nicht. Ich meine, wer spielt schon, geht ja, ohne zu cheaten. Jetzt mal ohne Witz. So... Warte, das will ich gar nicht machen, ich will gar nicht schießen, Alter. Ja, ich wollte mich drücken, aber ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich schießt ihn doch nicht. Mit R260, glaube ich. Alter, ich... Ja, Mann, bei mir dreist es anders. Und wer ist das? Warum rennt der Fetzer? Ja, das ist anders. Ich habe mir gelockt. Von der Lockhart, Mama. Herr Böse, also. Ja, Mann. Ich habe... Ja, Mann. Ich habe das so, wie bei mir dreigemacht. Sag doch, ich... ... Wie ist denn mal... Munition ist doch... ... bei... ...Fahrungslevel, oder? Ja. Na, Munition! Hm. Bei was dann? Bei Gesundheit, oder? Nein, bei was? Das ist jetzt... Äh... Was bist du? Es wird kein Nachtausgeruch. Vielleicht reicht. Ich hab raus. Warum hast du das Schlechte? Jetzt hast du das Schlechte, Mann. Ich habe doch beides, oder? Nein, kann man sagen. Ach so. Jetzt hast du das Schlechte. Was? Das ist ein Gangster? Das ist ein Gangster. Was willst du denn sagen? Okay. Vielleicht machen wir mal so eine kleine Mini-Mission, würde ich mal sagen. Das gehört. Ich hätte ja bis ein Auto. Alter, Mann. Jetzt drücken wir mal. Was? 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 Ja, ich habe das Schlechte. I đräume. In dem 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 demn, der hat oft so. Was? 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 Hä? Vielleicht noch mal? Ah, das ist in der Hütterung, oder? Oh, das ist die schwächste Warten, das ist der Typ. Nicht, das ist ein Taxi. Kennst du das? Das ist ein Taxi. Wie? Ja, ich seh mich. Ja, ich seh mich auch. Nee, das ist echt geil. 3? Ja, mach ich ja. 3. Ich weiß. Drück mal L1. L1, drück L1. So, auf einmal suchen sie mich nicht mehr. So ist das. Drück mal L1. Drück mal L1 gewonnen. Drück mal stehen. Nicht so, Rennen. So fühlen wir noch, dass wir ihn nehmen. Ich mach mal ein Schipzig, wie ich glaube ich jetzt. Und? Ja, okay. Ja, sag's mir doch gleich. Ja, sag's mir doch gleich. Ja, sag's mir doch mal. Ja, sag's mir doch mal. Ja, sag's mir. Ja, sag's mir. die erste Folge der nächsten Folge ist dann der Simon drinnen und ja, ich schaue mir natürlich viel besser. Ja, natürlich, ist doch klar. Und ja, das war's dann auch für die erste Folge. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns in der zweiten Folge. Okay, meine lieben Freunde, tschau!